Musik So meine Freunde, heute ist wieder im Start Herzlich Willkommen zum Livestream Ankündigungsvideo Nämlich wir wollen am 13.01. Livestream um 17 Uhr Als Sascha anfangen wird mit FIFA Ab 17 Uhr wir gucken mal ob er überhaupt Livestream kann Weil er mit dem Upload ein bisschen Schwierigkeiten hat Und das Problem ist so Er wird so ungefähr eine Stunde streamen Und danach würde ich zum Beispiel weitermachen Man muss wirklich gucken, wie es bei uns laufen wird Und dann komme ich mit Call of Duty Advanced Warfare Patrick wird auch noch mit mir suchen Advanced Warfare auf der PS3 Wer Bock hat, kann auf jeden Fall seinen PSN-Namen in die Beschreibung schreiben Wir ändern ein paar Leute vielleicht Wenn ihr natürlich Bock habt Und ja, wenn Sascha nicht streamen könnte Dann fangen wir Punkt 17 Uhr direkt mit Call of Duty an Sascha wird vielleicht auch dabei sein Aber natürlich nicht zocken Er hat leider kein Advanced Warfare Beziehungsweise ist richtig scheiße in Call of Duty Und ich würde einfach mal sagen 17 Uhr, haut rein und ciao